Es geht los Leute, 62 Meter. Oh je, oh je. Ich glaube, Selin freut sich eigentlich. Aber sie bringt es noch nicht so ganz zum Ausdruck. Oh je, ich bin direkt los. Es ist eine Sandmaschine. So, jetzt machen wir mal ein Looping, oder? Immer noch nicht, mein Gott. Ich hätte gedacht, es ist windiger. Ja. Das ist gut. Oh, der dreht direkt. Oh. Ja. Oh, 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 oh. Das passt doch. Und jetzt haben wir den Fiss. Oh je. Oh je. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wee. Okay, es ist doch ganz schön windig. Ja, ja klar. Ja. Oh. Oh. Ich kann die Augen gar nicht aufhalten. Ich kann die Augen nicht aufhalten. Oh. 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 Nach dem Looping, die Augen geht gar nicht. Ja. Oh Gott. Wee. Oh. Oh Gott. Wee. A little bit airtime. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wap. Oh Gott. Dass wir Kollegen Dasselholm indi? Oh Gott. es ist so windig das ist so windig das ist so fast ja weeeee oh Gott oh aieieie ja schön ich schätze mal jetzt halb hoch oder immer noch nicht doch oder? doch jetzt fährt er mal gucken wichtig Celine guck dir das mal an guck mal Handy raus und mach mal ein Foto ich mach ja auch nur Spaß ja Leute bevor ich jetzt das On-Ride beende also die Aussicht von hier oben ist tatsächlich der Hammer wir sitzen halt auch zur richtigen Seite gerade das ist der fliegende Teppich der ist 30 Meter hoch meine ich 28 er sieht einfach aus wie nix von hier sehr schön da unten könnt ihr die Soundmaschine in klein sehen ich meine das ist das Movie Star Riesenrad hinten haben wir noch die bilde Maus der Infinity ist tatsächlich nochmal ich glaube 3 Meter höher sieht gar nicht so aus ne? ja weil der halt das ist halt die Hälfte gerade oben und der geht dann nochmal so guck mal der Braker dahin ist einfach so klein das ist der Hammer was auch ein kleiner Braker ja das stimmt ja gut dann würde ich das On-Ride an der Stelle mal beenden weil ich noch ein Foto machen will weil ich noch ein Foto machen will